Herzlich Willkommen! In diesem Video bekommen Sie einen Überblick über das Thema E-Assessments. Sie lernen, welche Arten von Assessment mit Computer, mobilen Endgeräten und Internet möglich sind und wie Sie diese didaktisch sinnvoll einsetzen können. Weiters möchte ich Ihnen einige Vorteile sowie Herausforderungen vorstellen, über die Sie beim Einsatz von E-Assessments nachdenken sollten. Im zweiten Teil des Videos liegt der Fokus auf formativen Assessment-Formen und wie diese mit digitalen Medien umgesetzt werden können. Vorab muss natürlich gesagt werden, dass eine reine Übertragung von traditionellen Lernfortschrittskontrollen und Prüfungsformaten auf digitale Medien nicht sinnvoll ist. Genauso wie beim technologiegestützten Unterricht gilt, digitale Tools allein machen noch keinen guten Unterricht bzw. kein gutes Assessment aus. Die Methode muss im Zentrum stehen, nicht das vermeintlich tolle Tool oder die coole App. Zu Beginn eine kurze Begriffsdefinition. Was genau sind denn überhaupt E-Assessments? Ganz allgemein könnte man sagen, das sind Wissens- und Kompetenzüberprüfungen, die mit Hilfe von elektronischen Medien vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden. Das E steht dabei für elektronisch. Das heißt, Assessment-Aktivitäten werden überwiegend von einem Computerprogramm und nicht von einem Menschen, Zitat, gestaltet, präsentiert, begleitet, gespeichert, analysiert, bewertet, dokumentiert und archiviert, Zitat Ende, wie Jürgen Handke und Anna-Maria Schäfer in ihrem Buch E-Learning, E-Teaching und E-Assessment in der Hochschullehre eine Anleitung schreiben. Handke und Schäfer verstehen unter E-Assessment demnach, Zitat, E-Assessment kann daher die folgenden Bereiche umfassen. Den Einstufungstest, die am Computer durchgeführt wird, als Beispiel für diagnostisches Assessment, das Lernquiz, das auf der Lernplattform der Website des Schulbuchverlags oder über eine mobile Applikation als Lernfortschrittskontrolle eingesetzt wird, das wäre ein Beispiel für formatives Assessment, die Abschlussprüfung, die computergestützt abgewickelt wird, das fällt unter summative Leistungsüberprüfung, aber auch alternative Formen der Leistungsbeurteilung wie E-Portfolios und Blogs, die zur Dokumentation und Reflexion von Lernprozessen eingesetzt werden können, fallen unter dem Begriff E-Assessment. Diese Formen können sowohl zur formativen als auch zur summativen Leistungsüberprüfung und Beurteilung herangezogen werden. Hier soll es nun um Details zu formativen Ansätzen bei Lern- und Leistungsaufgaben gehen. Weitere Formen von E-Assessment werden in einem anderen Video behandelt. Wie Sie vielleicht wissen, ist das übergeordnete Ziel von formativen Assessments die längerfristige Begleitung des Lernprozesses und oder die Ermittlung des Lernfortschritts im Verlauf des Lernprozesses. Hier geht es also um das Assessment for Learning, das einen fördernden Charakter haben soll. Die Teilnahme ist in der Regel freiwillig und es gibt keine formale Benotung. Formative Assessments haben somit eine Reihe von Vorteilen für Lernende. Sie bekommen laufendes Feedback, das unter anderem motivationsfördernd sein kann. Individuelle Lernprobleme oder Schwächen können einfacher identifiziert werden. Lernende können ihre individuellen Lernprozesse besser steuern und ganz allgemein belegen Studien, dass durch formatives Assessment die Lernergebnisse grundsätzlich verbessert werden. Aus Lehrendenperspektive kann mit formativen Assessments der eigene Unterricht für die Zielgruppe angepasst und adaptiert werden. Außerdem helfen mir die Rückmeldungen bzw. Ergebnisse der formativen Assessments bei der Planung meiner nächsten Unterrichtseinheiten. Als Lehrende bekomme ich also Feedback darüber, welche Lerninhalte ich wiederholen sollte und wo zum Beispiel noch Wissenslücken bestehen. Das alles gilt natürlich für analoge und digitale Assessment-Formate. Bei formativen E-Assessments kommen in weiterer Folge spezifische Vorteile und Nachteile hinzu. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen für mich, dass ich leichter multimediale Inhalte wie Bilder sowie Audio- und Videodateien integrieren kann, dass eine teilautomatisierte Auswertung mir Korrekturzeit erspart und meinen Lernenden wiederum sofort Feedback gibt, dass Fragen-Sammlungen oder Pools leichter wiederverwendbar sind und immer weiter ausgebaut werden können, aber auch, dass zum Beispiel Antworten der Lernenden besser lesbar sind. Wer schon einmal einen Test mit 25 verschiedenen Handschriften vor sich liegen hatte, weiß, wovon ich spreche. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, insbesondere weil es einen anfänglichen Mehraufwand in der Erstellung gibt, genaue didaktische Planung und Vorbereitung notwendig ist, die Lernenden webfähige mobile Endgeräte sowie in den meisten Fällen eine stabile Internetverbindung bzw. WLAN benötigen, es daher zu einer möglichen Benachteiligung von Lernenden kommen kann, wenn nicht alle die gleiche Hardware verfügbar haben, es eventuell zu einer technischen Überforderung von Lehrenden und Teilnehmerinnen kommen kann bzw. technische Probleme auftreten können. Fallen Ihnen noch weitere Vor- und Nachteile ein? Das E-Assessment-Wiki des E-Learning Academic Network Niedersachsen hat hier eine umfangreiche Liste erstellt, die ich Ihnen zur Lektüre empfehlen kann. In der Praxis gibt es hier eine Vielzahl an Tools, die sich je nach Kontext für formatives E-Assessment eignen. Dazu gehören einerseits die klassischen Lernziel- oder Lernfortschrittskontrollen in Form von Quizzes, Lern- und Übungsaufgaben sowie Testprüfungen und Progress-Tests. Diese Lernkontrollen werden von den Lernenden meist individuell durchgeführt. Das kann außerhalb des Präsenzunterrichts von zu Hause aus stattfinden. Besonders bei E-Learning-Modulen ist das wichtig für die Interaktion mit den Lerninhalten. Aber auch während einer Unterrichtseinheit kann formatives Assessment durchgeführt werden. Oft auf spielerische Art und Weise, mit den allseits bekannten Lernquizzes, die einem Gamification-Ansatz folgen. Quizzes, Übungsaufgaben oder Tests können als Aktivität direkt im Lernmanagementsystem eingerichtet werden. Moodle und LMSAT, die beiden meistgenützten Lernplattformen Österreichs, bieten dafür unterschiedliche Formate an. Multiple-Choice-Fragen, Wahr-Falsch-Antworten, Lückentexte, Zuordnungen, Berechnungen und viele mehr. Alternativ dazu gibt es webbasierte Anwendungen, die extern erstellt und mittels Browser-Link oder QR-Code eingebettet bzw. verteilt werden können. Diese Anwendungen haben auch zahlreiche fertige Quizzes, die Lehrenden zur Nutzung zur Verfügung stehen oder abhängig von der vergebenen Lizenz auch bearbeitet und verändert werden können. Derzeit populäre Anbieter sind Learning Apps, Quizlet, learningsnacks.de und die eTapas-Initiative auf e-Education Austria. Wie immer bei Inhalten aus dem Internet sollte man natürlich kritisch hinterfragen, ob sie inhaltlich richtig sind und den eigenen Qualitätsstandards entsprechen. Wenn Lernkontrollen synchron im Präsenzunterricht eingesetzt werden sollen, sind Quiz-Apps wie Kahoot, Quizzes oder Socrative oft im Einsatz. Die spielerische Herangehensweise an Lerninhalte in Form von Online-Quizzes mit Wettbewerbscharakter kann eine gute Möglichkeit sein, um Lernfortschritte zu überprüfen. Lernen soll ja auch Spaß machen. Allerdings gibt es natürlich auch Gefahren und Nachteile, die mit einer Quizifizierung des Lernens einhergehen. Lesen Sie sich dafür den Beitrag von Philippe Wampfler mit dem Titel Der Kahoot zog und die Gefahr der Quizifizierung der digitalen Bildung durch. Ganz generell können natürlich auch Audience-Response-Systeme für formative Wissensüberprüfung eingesetzt werden. Aufgrund der Vielzahl von Systemen möchte ich hier aber nicht näher auf einzelne eingehen. Als letzten Punkt möchte ich allerdings noch erwähnen, dass mit der Technologie H5P interaktive Lernvideos erstellt werden können und so Lernende bereits während des Konsumierens eines Lernvideos angeregt werden, eingebettete Quizaufgaben zu erledigen oder sich mit den Lernmaterialien selbst auseinanderzusetzen. Auch das ist eine Möglichkeit, Lernende zu aktivieren und gelerntes Wissen zu sichern. Lernaufgaben haben das vorwiegende Ziel, Lernaktivitäten anzuregen und den Lernprozess zu aktivieren. All das lässt sich mit formativen E-Assessments erreichen. Die Tools sind vielfältig, die Chancen und Risiken ebenso. In der Praxis kommt es daher, wie immer, darauf an, dass Sie Ihr didaktisches Konzept so adaptieren, dass eingesetzte Assessments, ob analog oder digital, auch Sinn machen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Vielen Dank!